Hello my friends from Germany! Sonnige Grüße hier aus Los Angeles. Ja, der Tag neigt sich dem Ende zu. Wir haben heute aber sehr viel erreicht. Wir waren heute in der Innenstadt von Los Angeles. Haben uns unter anderem ein bisschen das Codec Theater angeschaut, in dem jährlich die Oscars verdient werden. Unter anderem haben wir uns auch den Walk of Fame angeschaut, was auch sau interessant war. Also mal die ganzen Stars mal so zu sehen, wo ihre Sternchen sind. Ja, unter anderem bin ich heute auch in den Fußstapfen von Will Smith gestanden. Also muss ich sagen, der Typ hat echt verdammt große Haxen. Aber mein Gott, was soll man machen? Das Leben ist hart. Ich habe unter anderem heute auch ein paar Superhelden kennengelernt. Also Rambo und Conan und Superman. Und ja, auch einen halbnackten Spider-Man. Hätte ich jetzt nicht unbedingt sehen müssen, aber mein Gott, was soll man machen? Das Leben ist hart. Ja Leute, demnach war es das eigentlich auch schon. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Folge und schaltet ein. Gute Nacht. Gute Nacht. Her Story